Da kann man Restaurantreservierungen für Samsara machen, Ausflüge angucken. Hier kann man Karten spielen, hier kann man Sack spielen. Hier kann man sich schön so fett wahren setzen. Also hier kann man über das Interaktive treibend relativ viele Infos, die zu sehen. Das Neo ist nicht auf Shows gedacht, sondern mehr auf Buhren.